yo was geht ab leute ich bin euer phantom heute zeige ich euch wie ihr dieses pharma outfit bekommt entweder in blau oder in grün ich wünsche euch viel spaß let's get it voraussetzung für diesen jobs sind dass ihr einmal den job markiert den ich euch in die beschreibung gepackt habe und ihr braucht drei weitere freunde aber jeder von den freunden außer einer kann sich das outfit aus dem job klitschen und zwar müsst ihr in dem job dann einmal auf stil gehen geht auf accessoires macht dort einmal brille anziehen und wieder ausziehen oder handschuh hut maske egal was ihr davon benutzt ja einfach ein bisschen hin und her switchen dann geht ihr aus dem job übers handy raus und dann geht ihr in amonation und habt es den gespeichert aber wie das ganz genau funktioniert das seht ihr wie gesagt jetzt in folge um das arzt outfit zu bekommen müsst ihr einmal den job markieren den ich in die beschreibung gepackt habt wenn ihr das gemacht habt geht ihr einmal auf option geht auf online jobs jobs spielen markiert dann last team standing denn da ist der job dann geht die in den job rein dann schickt ihr allen vier kollegen beziehungsweise allen drei kollegen eine einladung jetzt werden wir in den job gespott mit unseren normalen klamotten die wechseln sich jetzt aber automatisch und zwar haben wir jetzt das erste outfit an sobald es los geht so da haben wir schon dann gehen wir aus interaktions menü gehen auf stil gehen dann hier auf beleuchtete kleidung machen das an aus an aus also drücken hier einfach immer rechtes steuerkreuz hin und her ihr könnt auch auf andere sachen gehen ihr könnt auch auf accessoires zum beispiel gehen geht dann hier auf handschuhe macht die an und aus oder wechselt da hin und her dann sollte das ganze auch schon gespeichert sein dann gehen wir hier mit kreis zurück öffnen das handy und verlassen einmal den job so ihr seht nun sport das band ihr mit diesen arzt klamotten draußen in der lobby jetzt werdet ihr einmal zu am nation gehen oder zu einem bekleidungsgeschäft und werdet das outfit nur noch abspeichern so dann geht ihr hier einmal an die klamotten drückt rechtes steuerkreuz nun einmal gespeicherte outfits bearbeiten mit viereck dann werdet ihr jetzt hier einen freien slot benutzen oder irgendwas überschreiben ich überschreibe jetzt hier einmal einfach das hier bestätigen dass ich das wirklich überschreiben möchte gibt den ganzen einen namen so und nun haben wir das ganze abgespeichert und so habt ihr das ärzte outfit wenn ihr eine andere farbe von dem ärzte outfit wollt dann soll ein freund diesen job hosten dann geht ihr in das andere team so dass ihr dann auch noch das blaue arzt outfit bekommt und das war's mit diesen klitsch ich wünsche euch viel spaß damit bin damit raus wenn euch das video gefallen hat lasst ihr mir noch ein like da ich danke an die kollegen die mitgemacht haben peace out euer phantom abonniere 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 abonniere